Übrigens. Nein. Nee, das können wir auch nachher erklären. Ja, was denn? Nee, nur wegen dem Hintergrund, den du dann basteln kannst. Ja, dann schicke ich dir per Mail, dann kannst du den einbauen. Ja, aber jetzt auch welche Informationen können wir im Hintergrund so reinklatschen als Samstag, 18 Uhr. Ja, das mache ich dann mit Premiere, so Einblendungen, so Yeah. Aber das habe ich dann nicht. Ja, dann bist du selber schuld, dann machst du es doch selber. Nein, nein, ich meine nur so einen statischen Hintergrund. Ja, dann machen wir es statisch. Ja, ich mag statisch. Okay. Okay. Lass uns Liebe machen. Oh yeah, küss mich. Wie war das gestern mit dem Baguette? Ich fand das gut. Ich auch. Ja. Lass uns Liebe machen. Oh Mann. Ja. Okay, alle bereit? Juhu. Also ja. Ja. Gut. Drei, zwei, eins, go. Howdy Leute und herzlich willkommen bei unserem Infovideo zur Dota 2 Community Event. Ja, wir machen Dota 2 Community Event. Ich und Pneiplex. Hallöchen. Und dazu, äh, diesen kommenden Samstag schon um 18 bis 20 Uhr. Und weitere Infos hat der Pneiplex für euch jetzt. Echt habe ich? Ja. Ich dachte, das sollte ich sagen. Was soll ich jetzt sagen? Das gilt nicht. Ich habe sie vorne weggenommen. Ich hatte zu wenig Text. Ja, aber jetzt habe ich nicht viel Text. Egal, das deichsel ich irgendwie hin. Passt auf. Das kriege ich ganz schnell. Ich hole den Teser. Dota 2, ja, am Samstag dann, äh, erscheint zahlreich. Es wird gedaddelt bis zum Umfallen. Zumindest von 18 bis 20 Uhr. So, wir wollen erst mal sehen, wie das Ganze läuft. Und dann wird es vielleicht am Samstag darauf dann ein weiteres Community Event geben. Mit welchen Spielen wissen wir noch nicht. Das entscheiden wir dann. Und, ähm, wir würden uns auf jeden Fall darauf freuen, wenn jede Menge Leute erscheinen würden und wir jede Menge Spaß mit euch oder gegen euch dann auch haben können. Ja. Ja, wie das mit dem Gegeneinander läuft, wissen wir noch nicht. Wir wissen jetzt nur, wir können noch drei Leute für unsere Partymüll einladen. Das wissen wir. Ja, aber ob wir gezielt gegen fünf andere von euch spielen können, wissen wir nicht. Falls jetzt jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben, damit wir da informiert sind. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Echt? Ja. Wie sieht das eigentlich aus mit Skype oder Teamspeak oder so? Das wäre auch cool. Inwiefern? Na, dass wir mit euch im Teamspeak sind, oder? Ja, mit unserem Team. Aber Teamspeak ist cool. Ja, da finden wir schon noch eine Lösung. Alles klar. Auf jeden Fall. Diesen Samstag, 18 bis 20 Uhr, so eine Art Testmatch mit euch, gegen euch. Und dann nächste Woche dann vielleicht nochmal Dota 2 mit mehr Leuten von euch. Oder dann einen längeren Zeitraum, wo wir spielen dann vielleicht 18 bis 22 Uhr. Je nachdem, werden wir sehen. Aber dann vielleicht auch Team Fortress 2 oder andere Free-to-Play-Titel, würde ich sagen. Habe ich nicht drauf, sowas. Wie? Ist ja Free-to-Play. Kannst du dir runterladen. Aber mir gefällt Team Fortress nicht. Das ist bläh. Der hat gar so gefallen. Ja, okay. Ihr seht schon, Pnyplex ist sehr durchsetzungsstark in sowas. Ja. Okay. Ist klar. Ja. So, wir verabschieden uns jetzt. Bye-bye. Bis zum Samstag dann. Was? Wir spielen den Schub, meine Robots. Auf geht's. Hör mir auf mit dem perversen Spiel. Jihau. Doch, geht. Also Leute, Samstag, 18 bis 20 Uhr. Große Stille. Bis dann, Leute. Ciao.